Also jetzt kommen die Antworten auf eure Fragen und wir hoffen, es gefällt euch und viel Spaß beim Anschauen. Wolltet ihr nehmen? Ja, ich auch, lieben. Was sind eure Lebensziele? Also meine, im Sport noch mehr zu erreichen, vor allem im Fußball. Glücklich sein, einen passenden Freund finden und auch in der Schule noch so gut zu bleiben, wie jetzt gerade. Glücklich sein und ein guter Schulabschluss. Ob ich das habe, nein, keine Ahnung, Haarstuch. Ach Gott, ich muss noch was sagen. Egal. Wie lange turnet ihr schon, wie lange spielt ihr schon Fußball? Ich spiele schon seit gut fünf Jahren Fußball. Ja, ich turn seit ein bisschen mehr als fünf Jahre. Mit acht habe ich angefangen. Was war das Teilpeinlichste bei einem Wettkampf beim Fußballspiel? Rote Tour. Äh, ja. Also bei mir war es, wo ich mal ein Eigentor geschossen habe, weil dann gucken alle auf dich und es ist halt echt richtig peinlich. Also die Töne war es, wo ich bei Solwelle am Stufebach abgerutscht bin und das eigentlich das Teil war, was ja im Beste kommt. Das war schon verdammt feinlich. Wo sind sie? Ähm, warum seid ihr so verdammt gut? Keine Ahnung, Übung macht den Meister, würde ich sagen. Ja, und so verdammt gut sind wir nicht. Ne, echt nicht. No, das ist perfekt. Was würdet ihr tun, wenn ihr morgen aufwachen würdet? Und wenn ihr 45k hättet uns freuen. Ja. Ähm, was ist mit Ninas und Janinas Streit? Seid ihr noch befreundet? Also das ist halt so, dass wir haben uns ja gestritten und so und bla bla bla. Ja, keine Ahnung, erstmal keine Art miteinander Rede und so und wir schreiben ab und zu auch mal und ich habe ihn ja auch zum Geburtstag gratuliert und so und ansässlich ist alles ganz okay. Ähm, wissen eure Freunde von der Instaseite, wenn ja, finden sie es gut? Also meine Freunde wissen glaube ich teilweise davon, also nicht alle auf jeden Fall, aber ich denke die meiste und sie haben bis jetzt auch nichts dagegen gesagt, dass sie es halt irgendwie scheiß finden oder so. Also bei mir wissen es eigentlich die meisten, also die aus dem Turner und ich glaube aus der Schule wissen es auch so ziemlich alle, die mit Freund sind. Und die haben jetzt echt nie was gesagt, außer am Anfang. Am Anfang fanden die es voll scheiß, ne? Ja. Warum macht ihr Turnen und Fußball und nicht Reiten oder so? Weil Turnen einfach Spaß macht? Ja, also ich spiele Fußball, weil es einfach Spaß macht und man einfach in einem Team zusammenspielt und man gewinnt gleich, also man gewinnt und man verliert zusammen und nicht irgendwie eine alleine oder so. Weil es nichts bringt. Und das ist halt echt das Tolle auch im Fußball. Heißt die Seite schon immer so? Und ne, die Seite hieß ganz am Anfang, also wo ich sie noch alleine gemacht habe, also noch vor Nina. Ja, da hieß die Seite unterstrich Gymnast unterstrich live mit F und unterstrich forever unterstrich. Was kommt, was könnt ihr so gar nicht an der Menschheit leiden? Ähm, dass man eigentlich nur noch verarscht wird, wenn man irgendwas sagt oder so und dass es viel zu viel Mobbing gibt? Also ich kann an der Menschheit gar nicht leiden, dass viel zu viele kleine Kinder so Frühwölf sind, gerade die Elfjährigen oder so, die sich dann schon anziehen, als ob sie so 14 oder 15 wären. Und mein irgendwie rauchen und trinken oder so ist cool und dass man einfach, es heutzutage schwer ist, richtige Freunde, sag ich mal, zu finden, weil hinter dem Rücken teilweise dann doch irgendwie nur scheiße gelabert wird, wie bei allen. Aber dann, wenn man